mit let's play smite ja heute werden wir zusammen mit dem lieben kleissi zocken ja wenn ihr das letzte video mit dem lieben kleissi verpasst habt das wird ja dann am 27 auf jeden fall auch online kommen da hört sie immer so eine lebensgeschichte es ist schon hochgeladen das ist ja das schöne das kann man auch nicht mehr rückgängig machen also auf jeden fall das werde ich euch hier oben links verlinkt das video zum zerlebensgesicht vom gleissi sind die ersten ja ich würde jetzt mal sagen drei vier minuten und ja ich würde sagen starten wir direkt mal die suche oder ich bin schon ganz aufgeregt und will unbedingt hier starten wir könnten ja auch mal eine eigene runde spielen ja wer smite auf jeden fall noch nicht kennt smite ist ich sag mal das league of legends oder league of legends wie sagt man dazu kleissi doch league of legends genau auf der playstation ja league of legends ist ja berühmt geworden durch den pc ist ja immer noch sehr sehr berühmt aber wie gesagt smite ist eine gute alternative dazu würde ich schon fast sagen und ganz klar wir nehmen wir natürlich nehmen wir denn das ist der beste spieler im reich haben wir noch soll es schauen wir noch wenn wir gleich spielen mit seiner kali ja aber ich will dass du diesmal auch ein paar kills mit deiner kali ne ja ja letztes Mal läuft das ganze ja dann schon was hat was geht von als Gegner Sonnenwukum Hercules oh mein Gott ah Loki und da der Sonnenwukum vor dem musst du auch aufpassen ok ja ich würde eh vorschlagen dass wir jetzt immer zusammenhängen ja ja aber dass die Sonnenwukum musst du auch passen weil der kann sich in verschiedene Tiere transformieren und der ist eigentlich relativ stark wer der Sonnenwukum also der ist der Iwan hat ihn letztmal getestet und hat gemeint der ist relativ stark also mit dem musst du ein bissl aufpassen alles klar ich weiß nur dass die auf jeden fall auch mit einem ich weiß jetzt nicht wie oft ich das jetzt schon gesagt habe aber es ist auf jeden fall ein ich bin auf jeden fall schon vorne wie gesagt wie immer eigentlich in der Mitte da kommt einer und dann kriegt er direkt ein paar ins Gesicht ja ein bisschen weiter hinter ok war das vom Gegner oder von uns einer ich weiß nicht genau was du meinst aber lass doch mal ein bisschen lass aber sie kommen ja einer ist nicht gegangen wuuu das war knapp Junge Aua in mein Gesicht an der rechts, rechts drüben an der rechts, rechts drüben an der rechts, rechts drüben so stand es da sehr nice vorsicht, da kommen ganz viele geht er weg, geht er weg ja an ui, hoppala hier machen wir mal ein Schuh und hier ist die Heilung gehörten ja es gibt da gibt es Lager, ich muss schon mal eine Schuhe aufwerten ja am Anfang ist, also bis Level zu sehen, weil es ist eh relativ langweilig langweilig im Anführung immer ich zieh ganz schön auf Gesicht und die Tage stirbt ich will nicht sterben und der ist hinter mir, der ist hinter mir ich brauch Hilfe dann ihn bitte weg na ja schluck der wird ins Lager auf jeden Fall sehr nice ein Enemy has left the game bright idea ein Enemy has left the game schau auf jeden Fall, ich glaub, dass die bei dem Gegner sind, oder? ja es ist nur wenn du oben rechts schaust da wo dieses rote Kabel zu sehen da siehst du dann, wenn man einen Disconnector hat ach so sehr nice auf jeden Fall die kleinen wegklatschen ja das kannst du mit deinem Kreis immer sehr schön machen, ohne Probleme das Problem, was man sieht auch nie wirklich wer aber hast du ja gar gesehen wenn du zwei Ra's hast der welcher Aoe jetzt zu wem gehört siehst du leider nicht und von Loki musst du dir so aufpassen na der holt der holt mich gerade der holt mich weg aber keine Chance der holt mich das du hast du es kommt schon oooooh das aah scheiße hab ich gerade noch geholt ich war schon drinnen ja bei dem Wukong musst du auch passt mit brutale Range auch also der ist brutal stark aber der ist relativ schwer zu spielen aber wenn du den draufpasst es ist es ist einer der besten Charaktere eigentlich also ist natürlich auch Geschmackssache ich habe auf jeden Fall kein Mana ich muss gleich zurück in die Base obwohl wir uns jetzt noch für die OP ja ich muss bei Kalis auf 2-3 Items warten bei der Angriff Geschwindigkeit boah der ist ja nicht super angesetzt siehst du das hat er sich gerade in so einem Hirsch verwandelt da kann da ein bisschen Leute in der Kauze ja ja der kann sich in einem Hirsch verwandeln da kannst du ganz gerne zur Seite stoßen da hast du immer einen Falken wenn du dich halt schnell abhauen musst und wenn du halt extreme Damage machen willst hat er glaube ich so eine Art Leoparden oder sowas jetzt komm doch her jetzt hab ich verraten jetzt hab ich verraten hinter dir ja das ist auch eine Art wenn man das hier nicht mehr kaputt muss man das sein mag ja du musst echt auch mal äh die Aphrodite musst du auch mal ausprobieren weil sie ist ja anscheinend so die Überheilerin ok ich mag einen zu ja der ist ja geil der kann einfach alles weil der halt auch Schaden macht ohne Ende ist du das? ich bin schon weg ne ne der ist hinter dir ich hab dich schon da springst du einfach die Base ja auch der macht das selber auch geil mit seinem Rülscher da haut er seinen Stun raus das ganze ein stark auf jeden Fall wow wow jetzt klar ist nein jawohl und da ist der erste Kill jetzt hat aber das Problem ist ich brauch ab dem dritten Item geht es bei Kalias richtig los weil am Anfang mach ich erstmal die Rüstung hoch weil sie relativ wenig aushält und dann sobald die Angriffsgeschwindigkeit dann kommt was haben wir nämlich genau Schuhe dann Verteidigung und dann kommt sobald die Angriffsgeschwindigkeit hoch geht weil man letzten 4 items sind komplett auf Angriffsgeschwindigkeit dann geht es bei Kalias richtig los ne ne ich muss das Ding ist ich muss erst nur die Schuhe wegen Geschwindigkeit ist ja klar und dann als nächster Kalias schon gesagt weil die relativ wenig aushält also das heißt relativ wenig aber wenn du nur auf Angriffsgeschwindigkeit gehst dann hast du halt sehr wenig Leben und das macht sich dann später schon bemerkbar deswegen ich glaube ich heiße ich Eagle Fell oder das High Full Fighter dann kriegst du wenn du das auf der High End Stufe hast dann kriegst du jeden Kill oder Gott Unterstützung kriegst du einen Stapel und sobald du dann 10 Stapel voll hast hältst du halt relativ viel aus und ab da gibst du dann die Angriffsgeschwindigkeit und dann wird sie richtig stark ok ok also so spiele ich zumindest das habe auch schon ein paar gesehen die anderen spielen aber so 80% gegen die meisten bei ihr eigentlich voll auf Angriffsgeschwindigkeit wirst du dann später auch sehen ah das sind sogar ich hab ja nicht eher gedacht die bringen wir uns ganz schön jetzt mal zurück ja wohl und da ist der nächste und sind auf jeden Fall 2 3 das ist halt vorteilhaft das ganze das ist ja ich hab jetzt auf jeden Fall erstmal die Kali mal ein paar Händringer hochspielen dann wird sie auch ein bisschen stärker werden ich hab so viel jetzt getrunken ich hab so viel jetzt getrunken ich hab so viel jetzt getrunken ich hab so viel nur für das bei jeder Ecke das ist die 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 scheinen mann 12 seconds later 12 seconds later Also meine KD ist richtig gut. Ich komme auf jeden Fall. Ich bin schon wieder da. Okay, okay, das überlegen. Doch, vielleicht schon. Geht der noch hinter mir? Ah ja gut, der ist weg. Ja gut. So. Ich muss schon mal wieder mit dem Spielen. Das geht. Ja. Ah du, ich bin nicht leer. Ich bin nicht leer. Ich bin nicht leer. Ich bin nicht leer. Oh Mann ey. Ich bin nicht leer. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Ah, sehr schön. Ich bin nicht leer. Ah, ich bin nicht leer. Ah, ich bin nicht leer. Ich bin nicht leer. Boah, war das knapp. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Der Heal ist auf jeden Fall an der Base. Was? Was ist los? Bist du still? Wer ich? Hallo? Jaaa. Ich hoffe, du hörst mich noch. Wenn nicht, weiß ich nicht. So. Nein. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ich bin äh. Jaaa. Los. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ich bin ja. Ja. Ich bin kein Judge. Ich bin nicht wichtig. Ja. ich bin tot ich bin auf jeden Fall tot was wird die ganze Zeit? Du hörst ihn nicht wieder ich war eigentlich die ganze Zeit da, ich weiß nicht warum du nicht mehr gehört hast ich weiß nicht, ich hab drei mal nach dir gefragt, aber keine Antwort ich weiß nicht, ich hab schon gehört, weil ich hatte auch die ganze Zeit was daraufhin gesagt ja ich sag nur, es hat mir gebraucht Sollte sein Headset auch anmachen, ne? also, das ist dein Anfang ah, hat der Loki gemeint, der kann mich mit seinem Ziel, kann er mich holen, man hat er gedacht hat von Loki was Eck auf dich ein Ziel, da Vorsicht Loki oh, der Loki ist brutal stark oh Gott, oh er ist dran, ich hab' ich geholt oh, er ist dran, ich hab' ich geholt oh, er ist dran, ich hab' ich geholt oh, er ist das oh, er ist das und schau' und dann Steen weg ist na, er, Loki, er ist so mies, er ist so mies richtiger Hass gegen Greife oh Gott, das war jetzt grad blöd da, Loki muss ich auch mal ausprobieren da, Loki muss ich auch mal ausprobieren da, Loki muss ich auch mal ausprobieren oh so jetzt ist das klang dann ah, leider zweit alles schon schlecht gerade das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht okay, äh, also Unverwundbarkeit bin ich grad gestorben wo, ich hab' mein Relikt halt eingesetzt und dann war ich daut Merci ah, hallo, kannst du weil ich mich richtig in den Baselauf kannst du dir einsparen ja, aber hinter dir waren ja welche okay okay, warte, hier kommt einer kommet weg wo, was er denn kann man ihn fram ähm, ich denke schon äh, ich denke schon so, äh, das ist echt nicht nach der Senn oh, Schau, das war nicht der Loki aus nichts und der andere finish dich das ist mies das ist echt mies oh, die haben uns ganz schön aufgeholt, hä müssen wir aufpassen die haben uns aufgeholt wie meinst du ja jaa die sind auf jedenfall sehr 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 selten Das wird das Lore der Loki ist unsichtbar der Loki ist unsichtbar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.